So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Syndicate und wir haben die letzte Aufgabe erledigt. Wir haben jetzt Gabanekbomben, mit denen wir quasi gegen ein bisschen schocken können. Und ja, ich fand so cool, wir haben so eine Mission jetzt ein bisschen ausprobiert und hilft zumindest ein bisschen was. So, während wir noch mal kurz in die Kiste durchsuchen, da geht's. Was haben wir hier? Zivilismus schützen? Ach, hier. Machen wir so kurz. Lassen wir so kurz bei den Bluten. Oh, einsatzmassenereignisse. Massenereignisse haben wir beschlossen. Ich habe hier. Nee, es ist wichtig, ist okay. Ich wollte eigentlich hier die Kiste nur kurz holen, die wir hier noch stehen haben irgendwo. Ich will nur ganz kurz gucken, was da drin ist. Da unten ist sie. Das kann immer bedeuten. Geld, Geld, Geld. Und ich will ja Geld haben. Wir brauchen ja Geld. So. Wir haben einige Fähigkeitspunkte erhalten. Das möchte ich jetzt gerade eben kurz noch schnell mal haben. Wir haben drei insgesamt. Aha. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir denn hier oben? Ah, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Was haben wir denn hier oben? Ah, da haben wir nicht noch einen 3er, den wir sitzen können. Nö, ne? Wir nehmen mal Verteidigung 1. Bisschen Nackungsschaden. Danach werden wir auf jeden Fall gucken, dass man dann hier das, ähm... ...die Dings holen. Warte mal, ich gucke mal eben kurz zu Eevee rüber, weil wir müssen nämlich da auch nochmal gucken, ob wir da was haben. Fähigkeiten. Das drei auch insgesamt. Dann mache ich bei Eevee nämlich das gleiche Spielchen. Dann setze ich da nämlich auf das Adlerauge. Und dann haben wir zwei verschiedene Fähigkeiten. Äh, das heißt, wir können jetzt bei Eevee, bei Eevee haben wir ja die, den Nackungsschaden bisschen verringert. Siehst du, jetzt sehen wir nämlich auch, wo die Leute hingucken. Einmal mitnehmen. So. Es waren jetzt 12 Dollar, aber es ist ein Gegner weniger auf der Map. So, gucken wir mal gerade, was wir noch als nächstes so... ...haben. Oder was wir am Ende so machen können. Da oben wäre die nächste Mission. Und das heißt Endstation. Aha. Gut. Äh, Waterloo Station. Habe ich hier irgendwo einen Schnellreisepunkt, oder muss ich da jetzt tatsächlich zu Fuß gehen? Ne? Ich habe hier oben einen Schnellreisepunkt. Sehr gut. Dann machen wir noch als nächstes die Endstation. Dann machen wir nach einigen Folgen, wo wir nur wirklich Neemissionen gemacht haben, um zu leveln und die Gebiete zu oberen, machen wir heute einfach ein bisschen voll... äh, Hauptmission. Boah. Mein Kaffee ist kalt. So, morgen, wie gesagt, kein Assassin's Creed, heute ja und morgen nein. Liegt aber auch, wie gesagt, daran, dass morgen Sonntag ist. Und, äh... Ja, solltags bei mir sowieso keine Assassin's Creed kommt. Normalerweise auch, hätte ich jetzt auch am Donnerstag schon keins gemacht. Aber es liegt einfach daran, dass ich, wie gesagt, aus einer Zahn-OP komme und wahrscheinlich nicht streamen werden kann. Nicht fahren und nicht streamen werde. So. Äh... Aha. Da unten ist eine Mission. Vor dieser Schnellreisepunkt gibt es immer. Oh, jo, jo, jo. Das würde ich so ungern machen. Äh, also würde ich tatsächlich gar nicht riskieren. Erst von da, von der Höhe da rein zu. So, ich nehme wieder eine Kiste mit und danach geht sie die Hauptmission. Wenn man mir bedenkt, dass ich am Anfang der Aufnahme ein bisschen knapp bei Kasse war. Ach... Ach... Herzhaft. Ein kleines Ereignis. Gewerät. So, bei der Allmassenheit, das halt, jetzt sehen wir mal, wohin die Jungs gucken. Ihr sitzt und auf der Karte. Durch die Möglichkeit mit dem Adler aber wissen wir dann jetzt. Ah, das geht mir. Und wir haben wieder 300 Dollar gekriegt. Und 300 Dollar sind 300 Dollar. Nee, es ist ja... So. Ähm... Es ist immer die... Ach... Also 300 Dollar sind 300 Dollar und damit kann man auch mal gut sein Zeug zu auffüllen. Und... Ja. Und aber dann brauchen wir das auch. So. Ähm... Wir haben es ja gesehen bei Miss Plammer. Aber ich habe es das erste Mal probiert. Dachte mir, ach, scheiße, da fehlt dann die Medizin. Aber dann hat es ja funktioniert im zweiten Versuch. Weil das ist einfach kurz, nachdem wir das Rauchbommergesetz haben, der Deutschen konnten. So. Dann haben wir jetzt hier die nächste Hauptmission. Das heißt, wahrscheinlich dürfen wir jetzt wieder hier wen moxen. Hopp. Hopp. Oh, guck mal schon hin. Guck mal schon hin. Wo müssen wir denn da überhaupt lang? Hier unten? Okay. Wir spielen jetzt ein bisschen Endstation. Sir, der Zug ist jetzt in Waterloo eingefahren. Sobald Starek's Männer hier sind, werden sie die Maschinen entladen. Nicht, wenn der Zug schon abgefahren ist. Komm mit deinen Freunden nach Charing Cross. Ich schicke die Maschinen dorthin und ihr könnt sie abholen. Okay. Ja, alles klar. Was müssen wir machen? Wir müssen da hoch. Ich habe so eine Art Demonstration zu sein. Also wir sollen den Ausweispunkt erst mal erreichen. Aber wie gesagt, diese Demo ist jetzt gerade von uns uninteressant. Wir holen jetzt erstmal diesen Starek's Männer auf jeden Fall. Schauen wir mal Starek, Starek, Starek. Ja, der sagt mir, was der Name. Am Anfang. Haben wir nicht am Anfang gegen den Typen gekämpft? Wo wir die Bahnhof erobert haben? Naja, egal. Scheiß drauf. So, jetzt gehen wir mal runter. Wir gehen jetzt hier durch. Machen wir uns mal hier hin. Tagengelegenheit Zugschaffner. Eliminieren. Pearl Attaway. Ah, die kennen wir ja schon. Die haben wir ja schon mal beim Gespräch belauscht vor alligen Folgen. Wusstest du von der Schwachstelle? Oder ein einzigartiges Attentat. So, also. Pearl Attaway eliminieren. Das gibt der Kunden in die Gelingheit identifizieren. Zug verschaffener. Tagengelegenheit. Sicherheitschef. Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. So, gucken wir mal. Ja. Du bist wer? Ein Zugschaffner. So, ich spreche mal mit dir. einen Termin an der Central Station. Nehmen Sie ihn mal, sobald ich die Erlaubnis habe, die Leute durchzulassen. So, Zugverplatz stehen. Okay. Da hinten. Erstmal. cho-joo-joo-joo Das sind ja Gegner. Also, diecrosleiter befreien. Hogwarts-Ansuche benutzen. Und den Zugffall anschauen. Geil. Okay. Wenn Sie gerade wie machen wir es jetzt? Wir nehmenya. Nimm er hier unten. weiter geht's so ich muss gerade gucken ich muss sich nur orientieren so wir müssen wir machen sicherheitschef den müssen wir erledigen das ist ein level neuner ich werde euch gut gebrauchen jagt mal die jungs da hinten ein bisschen du hast auf jeden fall da ist der zug da ist der fahrplan gut ich trete dir jetzt in den so machen wir mal kurz so machen wir mal kurz das klein holz hier so hier steht eine kiste die nehmen wir mit und den fahrplan nehmen wir mit den brauchen wir auf jeden fall noch so so ah ja genau das war der zug schaffner habe ich das schon gemacht den typen die pläne des sicherheitsches besprechen okay so da war das heute alles machen weiß ich nicht sogar hier ist ihr verdammter fahrplan vielen dank verehrte passagiere alle züge werden über die central station umgeleitet ich wiederhole begeben sie sich für die abfahrt zur central station gehen sie aus dem weg der bahnhofseite ist sonst immer pünktlich so ich hole mir mal kurz die drei da noch sollte nicht schwer sein ein paar von denen in ihre zu führen ich habe aber ich bin wie ich wie ich habe ich bin ich das ist ich ich kann mich am arsch die moment Also für die Gegner haben wir eine Mini. Ja, was haben wir denn hier noch? Ah ja, genau, die Sicherheitsschiff, den müssen wir noch mitnehmen. Hat ein paar Jungs dabei, ja, ja, klasse. Der hat ein paar Jungs mit dabei, alles klar. Ich komme rüber und schwimmere Jungs da! Bleib wo du bist! Ich nehme gerade kurz eben alle noch mit, schnell! Umso weniger Feindpräsenz ich hier habe, desto besser ist es. Komm, wir machen mal kurz einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! So, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate und wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Gehe ich dir noch runter? Ja. So. Achso. Entschuldigung, dich habe ich noch etwas vergessen. Da hätte ich dich fast auch gerne mitgenommen. So, das Attentat ist begangen. Den nehme ich noch mit den Typen. Und dann komm mal her, mein Freund. So, der Zug ist mir gerade im Moment egal. Jetzt haben wir noch Pearl Attaway erobern. Also, beziehungsweise, ich will mir die zwei doch da holen, die da rumstehen noch. Wie gesagt, keine Sorge, ich krieg sie alle noch. Ich krieg sie alle. So. Nehmen wir dich noch mit. So, gefühlt sind jetzt keine Feindermillel drin, ne? Doch, da ist noch ein Minimum einer. Okay. Den krieg ich noch. Den krieg ich. Den sind zwei sogar noch. Okay. Ach, komm, mein Gott. Das kriegen wir auch schon noch hin. Den nehmen wir mit. Komm doch rüber. Also, egal. Ich weiß nur, dein Kollege. Ja, komm rüber. Komm rüber, mein Freund. Brauchst du nicht. Komm doch rüber. Mehr Wurst. So. So, jetzt hört mir nur noch her, die Pearl, wenn ich richtig im Kopf hab. So, das Attentat ist erobert. Erledigt. Eine Schande. Gute Partnerschaften sind äußerst selten. Unsere ist mit Sicherheit aufgelöst. So läuft das Geschäft, Mr. Fry. Man tut, was man muss, um an die Spitze zu kommen. Crawford wird meinen Tod nicht auf die leichte Schulter nehmen. Er wird sehr unangenehm, wenn er verärgert ist. Ich habe so viel geopfert. Ich will meine Busse nicht verlieren. Tja. Ich glaube, wir haben sogar alles geholt. Alle Aufgaben gelöst. Ich bin groß, Feinde sollten jetzt hier keine mehr sein. Die müssten wir eigentlich alle gekriegt haben. So, jetzt verpisse ich mich mit dem Zug hier. Ja. 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 so da ist ein bisschen alles geladen hat jetzt wissen wir noch entladen so und damit haben wir Thema Panusleiter befreit ich habe die geile Passage ich dachte ich hätte die alle genutzt die alle Aufgaben naja scheiß drauf egal wir sehen uns in der nächsten Folge wieder ich fäng das nämlich noch an die letzte mit dran bis dahin, dann tschüss